und herzlich willkommen auf meinem kanal ja heute ein wunderschönen video und ja das thema ist heute das thema heute hier ich möchte also ich kann ja wieder also erst mal wieder ordentlich schneiden also ich mach das jetzt zum ersten mal als das video wird noch nicht so geschnitten wie ich das jetzt so machen werde also das hatte jetzt einfach so hoch also mit intro und so und ja und ich bekomme auch noch ein intro von casus oder so und so und das ist von den lieben dali gaming die schneide app und ja dann wird das jetzt nicht mehr auf dem ps4 hoch geschnitten und hochgeladen sondern das wird dann auf dem pc dann hochgeladen und ja das wollte ich jetzt noch mal zum anfang sagen und ja und er drückt mir jetzt gerade die komo rein und wahrscheinlich mache ich auch dieses youtuber zuschauer etwas und ja mal gucken oder vielleicht auf jeden fall weil ich bin jetzt kein nachmacher aber ich finde die idee einfach mal so geil von dolly gaming und ja und dann war es das mit diesem ganz kurzen video mit meinem server hier wahrscheinlich stelle ich den auch zum donut wahrscheinlich wenn der erst mal richtig fertig ist und dann bis zum nächsten mal lass ein abo da und und en dicken fetten daum und kommentiert schön und bis denn